Herzlich Willkommen zu einer hoffentlich erfolgreichen Runde Lucky Survival Games mit Anonymous Hallo und Goro Bai. Hi. Das ist aber schön optimistisch angekündigt. Ja, bei mir immer. Bei mir sollte es, äh, Faily Survival Games heißen. Oh man, ist nichts gekriegt. Nichts. Helmut Holzschwert, besser als nix. Weg hier. Nix gekriegt, das ist eine super Runde für Goro. Ach, ich hab auch noch nichts, falls dich tröstet. Ja, ich hab zwei Hühnerkeulen, aber mit denen kann ich ja nix machen. Oh, Steinschwert. Goro, wenn du zu mir kommst, kannst du ein Holzschwert haben. Guck mal, bester Mann. Er gibt dir sein schlechtes Schwert ab. Das ist wahre Freundschaft. Die töten sich direkt. Geil. Geil. Oh, er hat ihn getötet und jetzt töte ich ihn. Komm schon. Nein, ich sterbe. Nein. Oh, das ist ja immer frustrierend, dass Goro so früh auffliegt, ey. Aber ich habe gekämpft. Er hat gekämpft. Ist besser als rauszufliegen, wenn ich nen TNT-Block auf den Kopf... Oh, Goro hat wieder Jackpot und Fleisch gekriegt. Ich krieg's ihn nur nicht tot. Du hast ihn halbiert. Goro ist minimal auffällig, weil der so hoch ist. Der war eben auf meinem Kopf. Der Baum ist noch ein Schwamm. Das ist auch noch ein Schwamm. Ja, du hast ein Schwert und du verzaubertest sogar. Verzaubertes Eisenschwert. Hinter dir, hinter dir. Das war's. Jaaah! Okay. Anne rockt hier immer ständig hier. Anne will da oben den Schwamm. Komm, hinter dir, Anne. Hinter dir, hinter dir. Ich hab doch nichts. Spring! Okay! Aber beide gleichzeitig. Spring! Er isst mein Fleisch auf! Okay, Leute. Ich glaub, mir hängt noch ne Folge dran. Jaa! Spreng! Okay! Sollen wir in die 4 gehen? Die 4? Okay, in die 4. Ich mag den Forrest. Das war schön. Wie beide ganz laut. SPRENG! Du hättest es auch überleben können, hätte er dich nicht gehiddelt. Nee, hätte ich nicht. Nee, ich glaub nicht. Aber es war gern, wie du den Helm noch gekriegt hast. Ich will den Helm! Ich hatte halt echt nichts. Ich hatte nur 3 Steaks und sonst gar nichts. Ich hätte noch versuchen können, ernsthaft wegzulaufen. Ich hab nicht abgekürzt. SPRENG! So geil. SPRENG! Goro wird er gefeiert. Hier ist du deine Ecke. Ja, ich beobachte hier die Leute. Ist er wieder hingekackt? Hingekackt hat er. Oh, leck! Leck, 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 leck. Early girl ist auch da, ey. Ja, dann leg mal los, Tore. Äh, soll ich 1 zählen? Ah ne, ich nehm ja immer noch auf, ey, ich bin ja echt... Ja, muss ich ja nicht, wenn wir es aneinander hängen. Wenn wir es in den nächsten 8 Sekunden angefangen haben. Ja dann, 3, 2, 1. Und dann sind wir auch wieder zurück bei Lucky Survival Games. Ich hoffe es geht weiter, jetzt hier besser und schneller und... Und größer und weiter! Okay, ein Schwert habe ich nicht gekriegt. Toll, Eier, Eier hätten sie nicht mehr übergelassen. Toll, toll, toll. Ich habe Pfeile und eine Pilzsuppe. Bin top ausgerüstet. Hey, wenn du jetzt noch einen Bogen findest, dann hast du vielleicht eine Chance. Da ist einer mit Eiern geworfen? Ich raste aus. Oh, ich bin hier weg. Der sammelt vor mir hier alles ein. Boah, direkt Explosionen. Immerhin ein Holzschwert, ich bin nicht mehr ganz unbewaffnet. Keiner, okay. Überlege 5 Sekunden, okay, komm. Ohohoho. Immer so spannend. Wasabi. Oh Gott. Ungeklont. Ob es den Channel Wasabi LP gibt? Es gibt alles LP. Bestimmt. Du kannst jedes Wort nehmen irgendwie und da ein LP dranhängen. Kaffeebecher LP zum Beispiel, auch so ein beschissener Name. Oh, ich habe den Schwamm. Ja, nimm mal sowas banales wie Kaffeebecher, ne? Da gibt es bestimmt auch einen LP von. Ich habe den Schwamm mit Whizzer Effekt, das ist natürlich auch geil. Das man... Weißt du, du kannst rohes Schweinefleisch essen, das passiert nichts. Du kannst rohes Rinderfleisch essen, das passiert nichts. Jetzt isst du rohes Hühnerfleisch, pfff, vergiftet. Ist ja im echten Leben so. Aua. Aua. Wordert sich wieder einer rum, ja. Ich habe es auch gerade gemerkt. Oh, ich bin zum Glück entkommen. Ich bin in den Spinnweben gelaufen. Nein. Mann, ich verstecke mich. Ja, was? Hab nix. Toll, übelst... Oh nein, da kommt einer hoch. Ja. Ah, da kommen ganz viele Leute. Ah! Ah! Was, was, was? Was war das? Haben die geteilt oder was? Ne, der ist zu dir gelaufen, ich weiß es nicht. Die sind digitiert. Da ist ein Haus drin. Und ich trau mich nicht raus, weil... Ah, das war mal. Nice! Ich mag dein Outfit-Tore. Warum? Weil es Löcher hat. Weil es Löcher hat. Ich hab' auf den Schwamm gehofft. Ich brauch' was zu essen. Ich hab' nix. What? Was denn? Bin ja vom Baum teleportiert worden. Das ist mies. Ja. Au. Au. B hier oben. Oh nein. B hier oben ist nix. Ich hab' schon keine Herzen, ey. Oh, hier ist nix, ey. Notenblock. Wow. Toll. Da vorne ist ne Kiste. Aber ich glaube, die ist wahrscheinlich schon der dann. Tja. Da ist doch einer. Da ist doch einer! Da ist doch einer! Krieg ich nen Schreck, Anne. Der looted ne Kiste. Da ist halt echt einer, Tore. Knapp ihn dir! Komm, schnapp sie dir! Hat er dich gesehen? Nee. Links ist noch jemand. Noch zwei! Lol! Wieso patrouillieren die hier? Ich kann hier nicht rausgehen, ohne dass ich jetzt sterbe. Hätt' ich doch gesehen, oder? Sonst wird er nicht so wie so ein Irrer weglaufen. Ach, jetzt kriegst du ihn. Oh nein! Der Klo-Putzmann! Der Klo-Putzmann! Da ist noch ein Schwamm. Ah, da und jetzt da vorne. Genau, da ist noch ein Schwamm. Und links von dir. Hinter dir. Ich hab' ich schon mal erwähnt, dass wir die Folge nur für Gorobai aufnehmen. Warum? Ich meine nicht veröffentlichen. Hinter dir! Oh Gott! Wie das aussah! Ja, das war ein böser Creeper. Das erklärt auch, warum ich auch schon mal so einen Haufen von Items gefunden habe und mir dachte, hm, wieso hat denn die keiner mitgenommen? Ja, das hab' ich auch schon ganz oft gehabt. Okay, next round, oder was? Tschüss! Ich habe das. Nein, das muss ich jetzt... Ich habe' ich nicht. Ich habe' es... Ich habe kein Begeisterung.